Servus Leute, diesmal wieder euer Muzzle und hier nur eine kleine Info zu dem Tutorial, was euch versprochen hatte, was kommen sollte gestern oder heute. Und zwar, ich habe das Tutorial gemacht, aber mein PC hat es nicht gespeichert, das ging 18 Minuten und 12 Sekunden. Ich wollte es dann heute hochladen, aber es ging nicht, weil ich es nicht gefunden habe auf meinem PC und auf meinem Lektor ist es auch nicht gewesen. Das tut mir erst mal leid und ich habe halt probiert, das neu zu machen, aber wie ihr schon hört, ich bin erkältet. Ich bin jetzt auch krankgeschrieben, muss Antibiotika nehmen, weil ich eine Infektion oder irgendwas im Hals habe. Frag mich nicht was, aber ich kann halt kommen reden, wie ihr vielleicht hört. Ich kann nur reden, wenn ich eine Halsschmerztablette nehme und viel trinke. Also deswegen entschuldige mich erst mal, dass das Tutorial jetzt erst nächste Woche kommt, weil ich das dann erst wieder machen kann, wenn ich wieder eine Stimme habe, wenn ich wieder auch nicht reden kann. Äh, ich das dann machen, deswegen werde ich heute nur noch einen Speed-Up hochladen. Und ja, äh, wenn ihr mich jetzt deswegen haten wollt, weil ich es euch versprochen habe und ihr machen kann, äh, macht das gern, aber mit meiner Stimme geht es echt, ne, und die fällt dann, nach 5 Minuten fällt die rum. Habe es gerade probiert und das, äh, lohnt sich einfach, ne, weil schon jetzt in einem 1-Minute-Video, äh, tut mein Hals total weh, äh, und kann kaum nach reden. Deswegen erst mal Entschuldigung, aber das Tutorial wird auf jeden Fall kommen, das Animieren, weil Animieren ist ziemlich spannend. Und ja, es werden dann die ersten Schritte fürs Animieren gezeigt, so dass ihr euch auch mal ein Intro oder ein Outro machen können. Ich bin jetzt mal der Überintro-Macher und Outro-Macher, aber, äh, ich kann es, äh, ich will mal sagen, ich kann es besser wie andere Leute. Äh, so, das war's erstmal von dem Video, weil meine Stimme geht es komplett weg. Also haut rein, ciao und sorry. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ê hai ái